Zeugen Jehovas verleugnen wie auch andere Gruppen die Gottheit Jesu und behaupten, dass Jesus ein erschaffenes Wesen ist, ein Engel, der höchste aller Engel, der Erstgeborene, der Erschöpfung. Nicht nur sagen sie, dass Jesus nicht Gott war und es auch nicht behauptet hat, nein, sie sagen auch, dass nur ihre Übersetzung, die Neue Welt Übersetzung, tatsächlich den originalen Text richtig wiedergibt und dass die anderen Übersetzungen eine falsche Übersetzung bieten. Nun natürlich ist der Text von der Neuen Welt Übersetzung genau so geframed, dass es ihnen in den Senf passt und dass das Gottesbild bzw. das Nicht-Gottesbild von Jesus dort so gezeigt wird, wie sie es haben wollen. Wie können wir jetzt Zeugen Jehovas entgegenkommen und ihnen zeigen, dass ihre Lehre nicht biblisch ist? Nun zum einen, indem wir ihre eigenen Quellen bzw. ihre eigenen Texte benutzen und zum anderen, indem wir uns auf die originalen Schriften beziehen. Es reicht hierfür schon komplett aus, wenn wir uns nur die ersten drei Verse des Johannes-Evangeliums angucken und da sehen wir schon eindeutig, was Tatsache ist. Deswegen machen wir das mal und starten bei dem ersten Vers. In der Lutherbibel steht zum Beispiel, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wenn wir jetzt den gleichen Text in der Neuen Welt Übersetzung von den Zeugen Jehovas lesen, lesen wir folgendes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott. Wir sehen also hier schon den Unterschied. In der Lutherübersetzung und somit auch in den ganzen anderen Übersetzungen sehen wir, dass da steht und das Wort war Gott bzw. und Gott war das Wort. Also je nachdem, wie rum du es aufschreibst, aber es kommt ja aufs gleiche raus. Im griechischen Original steht da übrigens zuerst Gott und dann eben Wort. Aber hier sehen wir eben und das Wort war ein Gott. Also dieses Wörtchen ein ist noch hinzugefügt. Nun, die Zeugen Jehovas bezeichnen ja ihre Übersetzung jetzt hier als richtig und die anderen somit als falsch bzw. ihres auf jeden Fall als näherliegend und als treffender und passender. Aber wir wollen uns mal anschauen, inwiefern das wirklich passt zu dem griechischen Text. Deswegen gehen wir jetzt mal aufs Griechische. Und wenn wir uns hier die Interlinear-Version angucken, dann lesen wir folgendes. Der wichtige Teil ist hier also Wörtlich übersetzt haben wir hier Also wörtlich und Gott war das Wort. Das Wörtchen ein, also der unbestimmte Artikel, lässt sich hier allerdings nicht finden. Das liegt daran, dass es damals im antiken Griechisch keinen unbestimmten Artikel gab. Die Argumentation von Zeugen Jehovas ist jetzt hier also, weil hier kein bestimmter Artikel benutzt wird, handelt es sich nicht um diesen einen wahren Gott. Diesen bestimmten Artikel, also der Gott in dem Sinne, finden wir zum Beispiel in der Bezeichnung von Gott davor in Johannes 1.1. Da steht nämlich zum Beispiel Prostonteon. Also wird da eine Form von einem bestimmten Artikel genutzt. Weil es hier nicht der Fall ist, sagen jetzt die Zeugen Jehovas, handelt es sich nicht um diesen einen Gott. Nun zum einen wird aber tatsächlich im antiken Griechisch nicht immer, aber an manchen Stellen, anstelle eines unbestimmten Artikels, ein unbestimmtes Adjektiv benutzt. Da würde man dann beispielsweise Tis verwenden und das heißt dann so viel wie ein bestimmten. Und das wird manchmal benutzt, aber auch nicht immer. Aber den Unterschied, den die Zeugen Jehovas jetzt hier ziehen, zwischen einmal mit dem bestimmten Artikel und einmal ohne dem bestimmten Artikel, ist komplett inkonsistent. Denn wir sehen allein in Johannes, dass er 20 Mal Gott benutzt, ohne einen bestimmten Artikel, bis auf diese eine Stelle in Johannes 1.1 und noch eine Stelle in Johannes 1.18. Wie jetzt in der Neuen Welt Übersetzung, jedes Mal Gott ohne den bestimmten Artikel, trotzdem auf den einen wahren Gott Jehova bezogen. Ich blende mal gerade die Stellen ein, aber zum verdeutlichen, nehmen wir mal Johannes 1.6. Da steht nämlich im Griechischen, Wir sehen also, hier wo hier Theo steht, gibt es keinen bestimmten Artikel. Schauen wir also mal, wie die Zeugen Jehovas diesen Vers übersetzen. Hier steht, es kam ein Mensch, der als Repräsentant Gottes gesandt wurde. Sein Name war Johannes. Hier steht allerdings nicht, es kam ein Mensch, der als Repräsentant eines Gottes gesandt wurde. Sein Name war Johannes. Sondern, er steht als Repräsentant Gottes. Das heißt, obwohl es hier keinen bestimmten Artikel gibt, was ja genau die Argumentation ist, was die Zeugen Jehovas benutzen, an Johannes 1.1, wird es trotzdem mit diesem tatsächlichen Gott, diesem einen wahren Gott Jehova, übersetzt. Und es wird hier kein Unterschied gemacht. Das gleiche eben auch an den ganzen anderen Stellen. Somit sehen wir zum einen, dass die Zeugen Jehovas das hier falsch übersetzen. Und wir sehen zum anderen, dass die Zeugen Jehovas auch nicht konsistent bei ihrer Übersetzung sind. Wenn wir das mit den anderen Übersetzungen von anderen Herausgebern, wie zum Beispiel dann eben der Lutherbibel sehen, sehen wir schnell, dass es dort anders beschrieben wird und da eben tatsächlich näher am Urtext geschrieben wird. Wenn wir das einem Zeugen Jehovas zeigen, sollte er hoffentlich sehen, dass seine Übersetzung doch nicht so viel besser ist als die anderen. Und er weiter, weiter weg ist von dem tatsächlichen griechischen Original. Außerdem noch ganz wichtig, wenn es tatsächlich so wäre, dass hier stehen würde und ein Gott war das Wort. Und somit, wie die Zeugen Jehovas es behaupten würden, dieser eine Gott, was da gar nicht steht, abgesondert ist von dem Gott, der vorher geschrieben steht, also von dem einen wahren Gott Jehova, dann hat man das Problem, dass es unterschiedliche Götter gibt. Denn wenn du Gott hast, den ein wahren Gott, und dann hast du einen Gott, der nicht der erste ist, dann hast du zwei Götter. Und wenn du zwei Götter hast, dann ist das kein Monotheismus mehr. Dann glaubst du, dass es verschiedene Götter gibt. Und außerdem glaubt ihr doch gar nicht, also an die Zeugen Jehovas, dass Jesus tatsächlich Gott ist. Also wie kann er dann ein Gott sein? Inwiefern ist er dann mit dem unbestimmten Artikel, diesem einem Gott, wie kann er dann ein Gott sein, wenn er gar nicht Gott ist? Ich meine, okay, dann würdet ihr sagen, er ist nicht Jehova. Habe ich ja schon gezeigt, dass das keinen Sinn macht. Aber ihr sagt dann trotzdem, er wird hier als ein Gott bezeichnet. Also somit runtergestuft, aber es ist dann immer noch das Wort Theos, was da benutzt wird. Da steht nicht einfach irgendwie ein anderer Begriff, der irgendwie von niedrigerem Rang wäre. Da wird der gleiche Begriff benutzt. Auch Theos im Hebräischen würde da an der Stelle, wenn es hebräisch wäre, Elohim stehen. Wie erklärt ihr euch das? Dass Jesus hier eindeutig als Gott beschrieben wird. Nicht unbedingt als der Gott, aber als ein Gott. Wenn ihr sagt, es ist nicht der gleiche, weil es ein unbestimmter Artikel ist, dann habt ihr verschiedene Götter. So, jetzt lesen wir mal die weiteren Verse in der Neuen Weltübersetzung. Da lesen wir nämlich, dieses Wort war am Anfang bei Gott. Alles kam durch das Wort ins Dasein und ohne das Wort kam gar nichts ins Dasein, was ins Dasein gekommen ist. So, die Zeugen Jehovas würden zustimmen tatsächlich, dass dieses Wort, von dem gesprochen wird, in den ersten drei Versen, tatsächlich Jesus ist. Und wenn sie es mit Jesus identifizieren, dann haben wir, und wir nutzen, wie gesagt, tatsächlich die Neue Weltübersetzung. Nicht eine andere, sondern die tatsächliche Übersetzung von den Zeugen Jehovas. Dann haben wir hier, alles kam durch das Wort, also durch Jesus, ins Dasein. Und ohne das Wort kam gar nichts ins Dasein, was ins Dasein gekommen ist. Jetzt würden Zeugen Jehovas sagen, ja, das ist ja gar kein Problem. Wir würden ja sagen, Jesus ist der Erstgeborene der Schöpfung und ist somit der Erste, der erschaffen wurde. Und durch ihn wurde dann alles andere der Schöpfung erschaffen. Ja, also kein Problem für die Zeugen Jehovas, würden sie sagen. Aber dann haben wir folgendes, denn hier steht, und ohne das Wort kam gar nichts ins Dasein, was ins Dasein gekommen ist. Sprich, wenn Jesus einen Anfang hatte und somit selber ins Dasein gekommen ist, dann widerspricht dieser Vers genau dem. Denn hier steht, dass nichts, was ins Dasein gekommen ist, also Jesus inklusive, ohne das Wort ins Dasein gekommen ist. Sprich, nichts, was ins Dasein gekommen ist, gar nichts, ist ohne Jesus ins Dasein gekommen. Das heißt, Jesus kann nicht ins Dasein gekommen sein, sondern Jesus muss ewig gewesen sein. Es geht nicht anders. Denn wäre Jesus nicht ewig gewesen und wäre ins Dasein gekommen, dann wäre er nicht das Wort. Weil wenn er das Wort ist, aber selbst ins Dasein gekommen ist, dann gibt es einen Widerspruch. Denn dann käme er durch sich selbst ins Dasein, weil er selbst das Wort ist, was aber nicht sein kann, weil er vorher nicht da war. Weil er laut den Zeugen Jehovas ja überhaupt ins Dasein gekommen ist. Deswegen sehen wir, wenn wir hier Wort mit Jesus identifizieren, was Zeugen Jehovas eben genauso machen und was auch klar ist am Johannesprolog, dass Jesus definitiv ewig da war und nicht ein erschaffenes Wesen ist. Demnach widerspricht selbst nach der Neuen Weltübersetzung Johannes 1,3 ganz klar der Lehre von den Zeugen Jehovas, dass Jesus ein erschaffenes Wesen ist. Der Erstgeborene der Schöpfung, der aber trotzdem erschaffen wurde von Gott, von Jehova zuerst und danach durch ihn alles ins Dasein gekommen ist, das gibt die Schrift nicht her und Zeugen Jehovas können sich hier nicht rechtfertigen. Wenn du das Video hilfreich fandst, dann vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und keine ähnlichen Videos mehr zu verpassen.